. BR 2018 Faschierte Laibchen mit einem Kartoffelsalat. Die Österreicher-Song faschierte Laubar. Das Fleisch gibt's ja schon durchgedreht. Hier habe ich Weißbrot in etwas Milch eingeweicht. Das gebe ich jetzt dazu. Dann Ei rein. Zwiebel. Das sind keine rohen Zwiebel, sondern blanchierte Zwiebel. Jetzt geben die Laubar den richtigen Geschmack. Hier haben wir unsere Gewürzmischung für Faschiertes. Dann Chilisalz. Dann würde ich sagen, ein bisschen Frische rein. Ein bisschen Petersilie. Immer mit den Stielen verwenden. Weil in den Stielen sitzt einfach mal die meiste Energie. Gut. So, rein damit. Rein. Und noch ein bisschen Zitronenabrieb. Jetzt wird's vermischt. Und jetzt drehen wir's ab. Das ist eine schöne, homogene Masse. Nicht zu fest. Und jetzt gebe ich's noch mal in Brösel rein. Ganz leicht nur. Denn das hat den Vorteil, dass dann der Saft, das Geschmackige aus den Pflanzen sich nicht rausbrät. Jetzt geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne. Und dann werden wir schön langsam rausbraten. Ja, so mag ich das. So. Und jetzt kommt der Kartoffelsalat. Kartoffeln gekocht in Salzwasser. Die Schale runtergemacht. So sind's. Die sind jetzt schon schön lauwarm. Das ist ganz wichtig. Jetzt machen wir uns die Marinade. Hier hab ich die Flügelbrühe. Da geben wir jetzt den Essig rein. Wo esse ich da auch Zucker. Ruhig Zucker richtig rein. Dann haben wir unser Chilisalz. Jetzt kommt rein Senf. Und jetzt, damit die Marinade schön sämig wird, gebe ich noch ein paar Kartoffeln mit dazu. Und mixt das mit der Marinade auf. So. Fertig. Und jetzt nicht alles auf einmal reingeben, sondern schön langsam. Ein bissel was. Wichtig ist, dass beides lauwarm ist. Sonst nimmt die Kartoffel die Marinade nicht an. Dann geben sie natürlich ein paar Radiesel rein. Und ein bissel Gurke. Und deswegen darf ruhig ein bissel mehr Chili drin sein, weil die Gurke sehnt sich nach Schärfe. Und natürlich Schnittlauch. Und den Schnittlauch schneide ich immer ein bissel größer, damit er sich behaupten kann über der Gurke und dem Radiesel. Und jetzt sieht man, wie sich die Marinade in die Kartoffelscheiben hineinsaugt. Meistens lassen wir den Kartoffelsalat so 10 Minuten, Viertelstunde stehen. Und dann schmeckt man nur mal ab. Und dann kommt er richtig. Schauen wir mal bei unseren Pflanzeln noch. Ja. Schau her. Die sind auch schon schön. Und da sieht man jetzt, da tritt überhaupt keine Flüssigkeit auf, weil wir es im Brösel gedreht haben. Die bleiben jetzt wunderschön saftig. So. Der ist fertig. Ich gebe jetzt einen kleinen Spritzer Braune-Butter drauf. Und ein ganz normales Öl nochmal in den Spritzer. So. Das reicht. Der glänzt jetzt. Jetzt isoliert praktisch das Fett die Kartoffelscheibe. Und jetzt richten wir ihn an. Mit dem geschmackigen Kartoffelsalat. Hofer Produkte, Schubik-Gewürze. Besser geht's nicht. Be part installations unter der Ingenhand der. Er bringt grundläх других angesichts so das Fett grab wene. Anfeind ihop Wir versuchenain das ganze Bother Brtım und 플� Stella Brüttchen Rüttchen zu skeleton. Und wir brauchen jetzt neue Cheminek bene. Und da sind eine Menge der like. Untertitelung des ZDF, 2020